hallo und herzlich willkommen zu mr luke zockt pro cycling manager 2021 heute mit paris nizza schauen wir mal gleich zu beginn auf das profil überwiegend flach bis leicht hügelig so könnt ihr das ganze dann besser sehen ja die ersten wahrscheinlich drei etappen alle im sprint hier auch was für sprinter die über den hügel kommen können 5 punchy 6 ein welliges zeitfahren 7 sehr hügelig bis punchy und etappe 8 ebenfalls wieder hügelig also es gibt nicht so hoch hinaus hier in die berge wir haben david gudy für die gesamtwertung hier am start und natürlich auch für die punchy leicht hügeligen etappen dazu dann brian coca als sprintkapitän wobei sich coca hier wie zuletzt auch bei der oa tour mit seinem teammate paul renou wahrscheinlich duellieren wird der sogar im formhöhepunkt also vielleicht kann auch der junge franzose hier auf etappensiege gehen die sprintanfahrt läuft man kann leider aufgrund der karte hier sehr schwer sehen wo sich genau das ziel befindet weil das so weit und der gelben fahrlinie entfernt ist von daher kann ich nur mutmaßen ob es am ende noch links abgeht oder nicht unser sprintzug ist hier ausgleichs gesetzt wie gesagt die beiden franzosen pannoy und coca werden hier um den sieg sprinten zumindest ist das erstmal natürlich unser plan hier dass wir oben den sieg mit kämpfen können aber ich denke da haben wir sehr gute karten für so chevalier zieht das ganze ding jetzt an ich übergebe man tomar er hat mal wieder eine überragende tagesform und kann das ding bestimmt auch lange von vorne anziehen neben uns haben wir jetzt den sprintzug von israel da lassen wir uns aber nicht durch beeinträchtigen 1,9 kilometer recht spät angezogen aber wir haben ja zwei top sprinter die das ding am ende machen können coca kommt hier nicht ganz raus kann da noch jemand an penway vorbeikommen ja eckhoff philipsen viele auf gleicher höhe am ende gewinnt nils eckhoff jasper philipsen und tom pitcock wir werden am ende nur fünfter und sechster dazu noch ja gut siebter und achter mit unseren bc fahrern gaudu und martin shit ja ich hätte später sprinten können aber ich glaube echt wenn wir uns gleich mal die werte angucken eckhoff und philipsen sind absolut granaten also eigentlich wenig überraschend dass hier nils eckhoff auch die erste etappe gewinnt beide 79 bzw 80 bei sprint und beschleunigung knappes ding aber wir versuchen es gleich noch mal geradlinige sprint anfahrt auf der zweiten etappe da werden uns am ende keine kurven mehr erwarten wir drehen den spieß heute einmal um das heißt brian coca fährt für paul penway an der mit einer plus drei tagesform hier auf dem sprint wert von 81 kommt ich denke das ist ein sehr überzeugendes argument dass für den youngster hier mal dem youngster hier mal die chance geben auf den sieg zu sprinten so 4,7 kilometer dachte eigentlich eben ich wäre auf der letzten etappe zu spät angefangen aber im nachhinein doch gar nicht der fall gewesen von daher lasse ich mich jetzt nicht irgendwie dadurch beeinträchtigen was die anderen hier wieder machen lotto zieht auf der seite an eckhoff am hinterrad der lotto fahrer coca wird von admonston abgedrängt können wir hier noch irgendwie rauskommen sieht aktuell nicht so gut aus penway kommt auf der letzten sekunde noch nach vorne geschossen aber es reicht bei weitem nicht am ende gewinnt dylan krone wegen vor pierre barbier und peter sagan in der sprint anfahrt sind wir nicht so schön aufgereiht da kommen die anderen uns immer in die quere hier sind diesmal auch eckhoff und philipsen leer ausgegangen auf sechs und sieben aber jakob carvet fünfter und penway nur neunter die gesamtwertungsführung übernimmt jetzt krone wegen zeitgleich mit eckhoff und einmal der rent unser sponsoren ziel ist es übrigens erster in der bergwertung zu werden bei paris nizza wir müssen uns also auch in den verbleibenden etappen darum kümmern dass wir hier das bergtrikot gewinnen kommt es hier auf der dritten etappe überhaupt zu einem klassischen sprint das ist die frage wir haben noch eine kategorie dreier steigung und ja so ein welliges profil überwiegend abfallend in richtung ziel dann ich habe mich dafür entschieden vorne haben wir noch zwei ausreißer dass wir uns hier an die spitze setzen wir können ruhig mal ein bisschen tempo machen versuchen andere sprinter an schwierigkeiten zu bringen und uns eine gute ausgangslage zu verschaffen denn ich denke die zielanfahrt wird ziemlich schnell werden weil es ja bergrunter geht da ist das immer ein bisschen schwierig positionen gut zu machen wenn man erstmal weiter hinten ist zudem können wir auch eben im vorbeigehen mal kurz zumindest zwischenzeitlich die führung in der bergwertung übernehmen ob wir die jetzt nachher mit chevalier gewinnen möchten oder werden sei noch mal dahingestellt aber der trägt jetzt auch erstmal das bergtrikot und es geht mit vollgas rein in die abfahrt ich nehme chevalier jetzt bewusst tempo raus der ist am ende seiner kräfte aber vielleicht kann er sogar zeit kassieren im gc und dass wir mit dem in die ausreißer gruppe gehen können auf der jagd nach bergpunkten nur noch fünf kilometer gleich wird es noch mal nach ja ein paar hundert metern sind wir ganz unten quasi im tal angekommen und ab dann ist es flach bis zum ziel das war ganz schön anstrengend was wir hier gemacht haben ich hoffe das zahlt sich am ende aus wo wir werden jetzt ein bisschen gesplittet thomar kokar penway ich hoffe ihr könnt noch in reihe und glied bleiben vor uns wird hier von ekov und co angezogen wir haben gar nicht mehr so viel power können wir das jetzt schaffen kokar hier auf der rechten seite raus zu schieben über thomar einen drüber zu geben schafft kokar es am ende noch nein jasper philipsen gewinnt hier deutlich vor bohani ekov kokar wird vierter keine chance gegen philipsen heute und bislang muss man leider sagen sehen wir echt in den sprints alt aus im vergleich zur absoluten elite hier auf der vierten etappe gibt es mächtig bergpunkte zu holen chevalier hat im gesamt class von zeit verloren deswegen muss der unbedingt in die ausreißer gruppe ansonsten wird hier am ehesten relevant sein dass wir mit david gudy in der gesamtwertung weit vorne bleiben ich denke in einem sprint aus einer größeren gruppe wird es hier schwierig gegen mit kokater und hier mal dafür ist es nicht schwer genug denn ja selbst peter sagan ist ja noch einer der favoriten ich muss mich kurz korrigieren auf der ersten etappe gab es auch vier bergpunkte die die rente geholt hat deswegen sind wir jetzt in der bergwertung nur auf platz 2 punkt gleich also hat chevalier aktuell noch nicht das bergtrikot an das versuchen wir aber natürlich auf dieser etappe zu ändern chevalier jetzt in der ausreißer gruppe mit stocke und gradeck die beiden sind aber in der gesamtwertung noch sehr nah dran deswegen werden die niemals ins ziel kommen dürfen aber ja wir holen halt einfach so viele bergpunkte wie es geht hier gibt es auf jeden fall ordentlich was zu holen zumal maxim chevalier deutlich besser am berg ist als die anderen beiden 66 bzw 63 also überhaupt keine konkurrenz für unseren franzosen der sich hier die erste wertung spielend leicht holt rund 70 kilometer weiter wird jetzt um die nächste bergwertung gesprintet wo wir allerdings sehen dass chevalier langsam ein bisschen probleme bekommt zweier wertung die war aber gar nicht mehr so steil das war das problem wenn es rein nur berg hoch geht hat er hier die nase vorne aber wenn das ja mehr so ein sprint auf einem hügel ist sind die anderen beiden im flachen gar nicht mal so schlecht daher hier und da mal ein paar punkte liegen lassen aber aktuell chevalier führen damit 19 punkten in der bergwertung an der vorletzten steigung des heutigen tages schafft es chevalier sich jetzt deutlich abzusetzen von seinen beiden verfolgern davor war es wie gesagt des öfteren noch mal knapp in den sprints um die bergpunkte weil es einfach nicht so weit hoch gehen jetzt kann man aber schon von einem richtigen berg mal sprechen und da hat er mal eben gerade krisi zwei minuten abgenommen der inzwischen auch wieder im hauptfeld angekommen ist zwei minuten vorsprung nun für chevalier hoffentlich reicht das noch für die nächste bergwertung und von dort sind es dann immer noch knapp 33 kilometer in richtung ziel auch die nächste bergwertung hat er sich einfach geholt und ist jetzt mit 31 punkten 13 punkte vor gerade in führung in der bergwertung noch 30 kilometer das hauptfeld macht hier ordentlich dampf in form von borans crow die haben natürlich tom pitcock hier für den schluss sprint aber ja so wie das rennen bislang gefahren wurde sind alle sprinter bis auf penway für uns noch dabei das heißt brian kukar wird hier nachher auch sprint sind jetzt auf den letzten fünfeinhalb kilometern kukar hat für den schluss sprint nicht mehr so viel zu geben das muss ich bedenken im vergleich zu sonstigen sprints quinton hermanns zieht jetzt hier an die kopf hängt sich dran die sind aber sehr sehr früh dabei haben noch jetzt drei kilometer also wir fahren von vorne das ding an mit tomat vielleicht können auch mit du hier am besten sprinten kommt rein wir gambeln einfach mal drauf tomat zieht das ding jetzt an kukar geht jetzt raus aber nicht stark genug um da noch mal einen drüber zu geben reicht es für kukar am ende ich fürchte nicht nein e kopf gegen kukar und nein es war das knappeste ding obwohl ich jetzt ja eigentlich auch keine chancen ausgerechnet hatte aber wahrscheinlich waren auch die konkurrenten nicht mehr so frisch knappes ding von vorne gefahren alles versucht am ende leider wieder nicht der erfolg dessen der zweite etappensieg für den niederländer nils eckhoff wir sind jetzt in der gesamtwertung auf rang 5 mit kukar eckhoff übernimmt die führung von philipsen so sieht es in der punkte wertung und so in der werkwertung aus bislang nach vier etappen weiter bergpunkte sammeln ist hier das motto von uns auf der fünften etappe mit maxim chevalier der ist in einer siebenköpfigen ausreißer gruppe wobei im hauptfeld auch immer noch welche dabei sind da aufzuschließen insgesamt haben wir hier sieben bergwertungen die auf uns warten zweimal erste kategorie gerade dieser lange call der hat es mir angetan in der hinsicht da habe ich die zehn punkte mit chevalier schon ins auge gefasst hier ganz am ende der letzte anstieg da werden wahrscheinlich die ausreißer nicht mehr in front sein 7,5 kilometer durchschnitt 8,3 prozent das wird heute ein tag für die gc fahrer aber bis dahin versuchen wir natürlich alles mögliche an punkten hier mit chevalier abzuräumen wir haben nur einen widersacher hier perre paintre der uns das wasser erreichen kann alle anderen haben überhaupt keine schnitte am berg aber ja der französische landsmann hier 76 berg holt hier leider die zehn punkte für uns wären es nur acht in dem sinne aber vielleicht können die beiden jetzt noch gemeinsame sache machen um möglichst lange durchzukommen denn die haben sich jetzt an diesem anstieg alleine auf den dritten über zwei minuten rausgefahren und sind knapp vier minuten 45 vor dem hauptfeld wo wir heute natürlich alles für david gudy tun auch bei der nächsten dreier bergwertung mussten wir uns leider knapp gegen den franzosen power paintre erneut geschlagen geben holen aber immerhin zwei pünktchen mit chevalier somit haben wir 41 zähler auf dem konto als die beiden jetzt 63 kilometer vorm ziel vom hauptfeld eingeholt werden und chevalier machte jetzt die führungsarbeit im hauptfeld aktuell sieht es auch so aus als wenn kein anderer kein anderer widersacher um die bergpunkte der eingreifen will das heißt für uns noch mal easy weitere pünktchen aufs konto und so hat das auch noch zwei weitere male geklappt somit jetzt 56 zähler das ist wahrscheinlich schon die vorentscheidung fahren rein in die schlusssteigung noch sieben kilometer berg hoch jevalier macht echt ein super job der ist immer noch vorne dabei und 3 cm ab während guilla martin schon längst zurückfallen musste natürlich klar auch durch die tagesform bedingt aber trotzdem gute leistung von chevalier peter sagen jasper steuwen sind hier auch immer noch dabei 45 mann obfeld wo nils ekow im gelben trikot auch immer noch am start ist so wir übergeben jetzt an thomas waren hier weiter mit 90 hoch vielleicht ein bisschen schnell aber ich möchte die gruppe sprengen und nach möglichkeit hier als erster rüber gehen ist natürlich die frage ob ich soweit nach oben schraube das tempo dass wir uns schon zum momentchen so was ich sagen wollte ist natürlich die frage ob wir jetzt schon an diesem anstieg alleine sein wollen oder erst an der schlusssteigung wobei das auch echt nicht mehr so schwer ist was da kommen wird so attacke von carapaz gehen wir auf eine 85 zwei kilometer haben wir noch so dass wir noch ein bisschen zumindest rochard benutzen können jetzt fällt er zurück den haben wir hier noch pitcock kann nicht folgen ist die creme de la creme was die werkfahrer anbelangt carapaz kemner wingegard luzenko goddü fünf mann gruppe dahinter rochard und pitcock ja da sind schon einige abstände entstanden noch mal eine attacke von carapaz und wingegard schaffen wir es hier mit gut dran zu bleiben jo sieht gut aus wir können sogar als erster in die abfahrt gehen wobei ich jetzt noch mal rausnehmen würde zum regenerieren denn ich denke nicht dass wir uns von denen jetzt in der abfahrt absetzen können es wird also alles auf den punch am ende ankommen das könnte eine gute ausgangslage für goddü sein wingegard luzenko ist natürlich auch ein schneller mann aber ich würde fast sogar goddü am schnellsten einschätzen wir müssen aber natürlich erstmal noch ein paar meter berg hoch fahren jetzt haben wir noch drei kilometer drei prozent oder so ungefähr naja jetzt sind sogar eher sieben prozent sorry never mind und dann flacht es gleich wieder ab wir hängen uns an luzenko dran ja ich würde sagen dass die beste variante der ist leicht besser im sprint als jonas wingegard soll luzenko eröffnet jetzt goddü hängt hinten dran können wir da jetzt noch mal einen drüber geben 500 meter goddü leicht vorne und david goddü jawohl gewinnt das ding am ende vor luzenko wingegard mit einem kleinen zeitabstand dahinter kommt dann lennart kemner carapaz und rochard sogar hier als sechster auf der etappe sehr stark du also mit seinem ersten saison sieg hier und auch seinem ersten sieg natürlich für kofidis allgemein dem unser erster sieg bei paris nizza zumindest in diesem jahr goddü übernimmt natürlich auch die gesamtführung wenn auch ganz knapp zwei sekunden vor alexei luzenko russia auf plant sechs mit zweieinhalb minuten rückstand bergwertung ist ja so gut wie eingeloggt ohne dass ich weiß wie viele punkte es noch gibt aber da haben wir 34 vorsprung das muss eigentlich reichen ja nachdem wir die gesamtführung übernommen haben geht es jetzt im zeitfahren weiter 27 kilometer ach du schande das wird natürlich schwierig werden hier für goddü die führung zu verteidigen aber wir schauen mal wie gut es läuft hier seht ihr welche zeitfahrer so am start sind auch benjamin thomar ist da einer der außenseiter er aber durchaus auch ja sag mal in richtung top 3 top 5 denke ich fahren kann ich habe mir hier eine strategie zurecht gelegt mit der wir hoffentlich gut fahren und zwar erst mal ein bisschen piano angehen wir haben hier überwiegend abschüssig bis flaches profil bis zu der ersten zwischenzeit und dann haben wir sogar ein berg könnte man sagen kleinen anstieg 2,7 kilometer im durchschnitt fünf eine halbe prozent wobei der anstieg eigentlich schon vor der markierung losgeht also sind schon bestimmt drei dreieinhalb kilometer da knallen wir dann richtig rein oben bis zum gipfel und dann geht es wieder überwiegend abschüssig in richtung ziel da wollen wir die meiste zeit heute rausholen an dem anstieg deswegen ist das jetzt auch nicht schlimm dass chevalier bei der ersten zwischenzeit nur zehnter ist mit 40 sekunden rückstand ist ja eigentlich ein ganz solider zeitfahrer haben wir mal wenn wir hier jetzt am anstieg richtig rein bolzen wobei das war jetzt auch vielleicht ein bisschen too much gehen wir auf eine 85 runter gucken wir mal wie sich das ganze dann gestaltet jetzt kommt erst so richtig die steigung fünfeinhalb prozent sechs sieben prozent ja hier so mittel bereich ein bisschen mehr können wir dann noch geben aber die rote leiste sollte halt nicht komplett leer werden bevor wir da den gipfel erreichen so gleich geht es über die kuppe für chevalier nehmen jetzt mal ein bisschen raus und dann sind wir auch gleich schon im ziel nach der abfahrt jetzt noch mal auf den letzten eineinhalb kilometern ja alles rausholen was wir noch haben ok da knickt da gerade so ein bisschen ein aber soll zack jetzt noch mal mit letzter kraft über die linie und wir sehen ja taktisch richtig gut aufgegangen dritter platz derzeit im ziel für chevalier benjamin thomar geht jetzt auf die strecke exzellente tagesform zeitfahrwert von 82 dazu ist er natürlich am berg jetzt auch nicht so schlecht also da haben wir aber eigentlich jetzt echt richtig gute voraussetzungen um auch vielleicht sogar das zeitfahren zu gewinnen derzeit in führung im ziel ist afini vier sekunden vor ruhe barter und 13 vor remi cavagna aber filippo gana kommt natürlich gleich auch noch der geht jetzt als 21 star ins rennen so benjamin thomar derzeit 20 25 sekunden rückstand das ist aber nicht weiter besorgniserregend die jetzt gehen wir in die steigung rein ich warte noch ein bisschen und dann drehen wir hier voll auf so wir gehen auf eine 88 und knallen jetzt in die steigung rein ich hoffe es sieht sehr gut aus mit ihm er fliegt hier quasi den anstieg hoch ich wahrscheinlich noch deutlich eher das geben sollen mit ihm das bereue ich gerade so ein bisschen oh ja hätte ich noch mehr gas geben können aber vielleicht kann man dann somit im letzten drittel in der flachen passage oder auf der flachen passage in richtung ziel noch mal ein bisschen mehr gas geben als mit den vorherigen letzter kilometer für thomar der ist hier wirklich vorzüglich unterwegs was kann er am ende reißen es ist zwischenzeitlich platz zwei drei sekunden hinter sobrero war ja auch schon bei der ersten zwischenzeit für die bugana der jetzt gerade unterwegs ist inzwischen für jumbo wismar fährt auch ein lustiger anblick gar im italienischen meistertrikot bei jumbo wismar ja gar hat bei der ersten zwischenzeit schon die bestmarke gesetzt so die top sechs der gesamtwertungen sind jetzt auf der strecke remy rochard hätte jetzt auch gerade bergab von der startrampe auch eine sehr gute tagesform der ist natürlich eigentlich nicht besonders gut im zeitfahren aber hoffentlich kann er das mit dem anstieg ganz gut ausgleichen ihr seht hier rechts oben philippo ganna inzwischen in führung aber nur zehn sekunden vor thomar der derzeit noch dritter ist auch unser captain david gaudy fährt jetzt von der startrampe und aha der ist sowieso schon schlecht im zeitfahren und hat ausgerechnet heute auch noch eine negative tagesform ja wie viel vorsprung haben wir eigentlich in der gesamtwertung wir haben auch luzenko sage und schreibe zwei sekunden und ihr seht der ist im zeitfahren deutlich besser also wir werden nie im leben das gelbe trikot hier im zeitfahren verteidigen können heute remy rochard ist bei der ersten zwischenzeit ungefähr eine minute zurück jetzt kommen wir aber in den anstieg rein da wird er noch mal ein bisschen boden gut machen im vergleich zu den einen zeitfahrern hoffe ich zumindest und auch david gaudy kommt jetzt zur ersten zwischenzeit 1 30 rückstand aua die leinfahrt für remy rochard wo landet er am ende eine minute 21 rückstand für ein 27 kilometer langes zeitfahren gegen philippo ganna am ende finde ich ist das sogar vertretbar gucken wir wie es bei gaudy am ende läuft ich vermute der wird sogar noch mehr zeit verlieren leider außer der macht jetzt am anstieg mehr boden gut aber sieht nicht danach aus und er kommt hier schon voll an sein limit die letzten meter für david gaudy und am ende zwei minuten 14 oh mein gott ja das ist das tagesergebnis alles relativ eng beieinander benjamin thoma auf platz 3 aufgerundet jetzt elf sekunden hinter gander da wäre der sieg echt drin gewesen aber ein schönes ergebnis lucenko ist achter wahrscheinlich übernimmt er die gesamtführung so ist es und gaudy fällt auf platz 5 zurück mit 153 rückstand auf luzenko emiru char jetzt siebter mit drei minuten 29 auf etappe 7 kommen wir jetzt noch mal was punchiges david gaudy absoluter topfavorit wir gucken wir mal ob das gleich auf der straße genauso aussieht in der bergwertung mache ich glaube ich übrigens nix mehr mit chevalier das muss reichen ja leider ist permit painter in der ausreißer gruppe also so ein halbes auge muss ich schon noch auf dem hier haben was die bergpunkte anbelangt aber es war sehr schwer in die ausreißer gruppe zu kommen der hat hier zwar ein teammate am start aber er hat schon so viel kraft investiert also ich glaube nicht dass der bis hier oben noch in führung sein wird dafür habe ich auch mal die omata jetzt als helfer abgestellt dass der im hauptfeld ein bisschen tempo fährt um die wieder einzuholen die ausreißer sind eingeholt wir kontrollieren hier mit martin gemeinsam mit dem team astana ein bisschen das feld also in der bergwertung brennt jetzt auch nichts mehr an hier hat sich jetzt richtig was getan wir müssen aufs gas treten und zwar gab es irgendwie ein split im feld wodurch das gelbe trikot wo ist es da ist es luzenko ist eine minute 30 zurück irgendwie hier oben an der kuppe oder an der abfahrt keine ahnung was da passiert ist ich meine ich bin mit martin und co so ein bisschen immer gefahren einfach um das zu kontrollieren ab und zu mal gecheckt ob hier jemand auf werbpunkte geht es war aber nicht besonders der rede wert jetzt ist luzenko angeblich von der auflistung hier wieder dran aber ist natürlich ein himmelweiter unterschied von ihm da hinten bis zu russia nach vorne also ich würde sagen vollgas bis ins ziel wenn wir jetzt ballern es wird ohnehin jetzt überhaupt was für die puncheure mein ja gut wir haben wir jetzt ein split drin oder auch nicht mehr das ist sehr in die länge gezogen aber eigentlich sind alle sprinter noch dabei da mal sehen was jetzt auf diesem welligen profil hier noch so drin ist und ob wir überhaupt genügend helfer haben um das bis zum ende durch zu ziehen hier luzenko zum beispiel oder auch andere auf abstand zu halten habe jetzt kein überblick wer zum beispiel noch alles so hinten ein bisschen abgefallen ist wobei luzenko jetzt schon echt wieder sehr nah dran ist scheiße der wird zurückkommen krass hat astana einen ganz guten job gemacht er war eben noch ganz am ende von der gruppe in neos schaltet sich jetzt auch ein aber ich versuche das jetzt trotzdem so weit durchzuziehen ich meine wir haben eh nichts zu verlieren immer attackiert jetzt hier und versucht sich davon zu machen ihn haben wir aber mit tumar hier ganz gut in schach gehalten hier ist echt ein höllentempo am start also wenn hier jetzt die reinen sprinter wie flipsen und auch eko den ich hier vorhin auch noch mal gesehen hatte noch stründen können dann fresse ich aber auch im wesen so was geht hier vorne ab alter luzenko ist wieder ganz in front also astana und luzenko die sind echt gut drauf respekt dass sie das noch so geschafft haben und ich habe mein komplettes team hier zerstört daher kann ich das jetzt eigentlich auch sein lassen ich habe nicht mal mehr genug fahrraum das hier zu kontrollieren dillen töns hat sich hier auf und davon gemacht noch acht kilometer ja so gut wie es irgendwie geht würde ich gleich mit gut sprinten coca kann sowieso nicht mehr kann auch kein sprint mehr anfangen wobei wir ganz am ende auch eh noch so eine rampe haben also never mind coca kommt da sowieso nicht in frage was geht hier vorne ab ständig neue attacken und du ist jetzt hier auf sich alleine gestellt die offensive fahrweise hat uns ja absolut gar nichts eingebracht drei kilometer brandon mc nalte jetzt in front 16 sekunden die lücke geht immer weiter auf damit gut was machen wir mit ihm heiße wir sind nicht gut platziert und es gibt jetzt den bergauf sprint ja ich glaube da hat er eh nicht mehr allzu viel zu melden wo mc knallty knickt ein gut du hat aber auch einfach nicht die beine hier und am ende gewinnt luzenko sogar die etappe noch alt was ist scheiße bis jeder absolute dominator hier gerade der war so weit weg und dann gewinnt er sogar noch spielend leicht gut nur auf platz 11 zum glück verlieren wir keine zeit werden noch zeitgleich gewertet die ersten 14 alle in der gleichen sekunde danach dann ab gucken zeitabstand ist für uns jetzt nicht so relevant du bleibt fünfter in der gesamtwertung luzenko dementsprechend vorne an der bergwertung haben wir noch rund 30 punkte vorsprung und eine etappe steht noch aus wir sind beim finale angekommen rundkurs in nizza nur 123,8 kilometer lang wir wollen mal schauen ob wir vielleicht noch einen sieg snacken können vielleicht in der gesamtwertung noch ein bisschen was aufholen aber allzu viel wird denke ich hier nicht mehr gehen absolutes höllentempo hier auf der letzten etappe 60 kilometer haben wir noch bis ins ziel meine sprinter sind schon zurückgefallen gucken ja gut ist offiziell noch im peloton dabei dachte ich wenn es vielleicht nicht so schwer gefahren wird das ziel ist im flachen er hat ja auch keinen so schlechten hügel wert vielleicht kann er sogar sprinten aber nee das müssen wir glaube ich mit gaudu machen am ende aber ich vermute die anderen punchy sprinty boys kommen hier wahrscheinlich durch hier mal luzenko ist ja auch schnell bleibt vermutlich bei dem einen etappen sieg und der letzte anstieg ist leider auch zu weit vom finale entfernt dass man da glaube ich eine entscheidende attacke setzen kann vielleicht weil es halt nach oben heraus nicht steil ist ein plateau da oben drauf also das eignet sich echt nicht gut für eine attacke zusätzlich dazu ist gaudu heute auch gar nicht mal so gut in form nur mit einer plus minus null letzte steigung jetzt eure painter hat sich hier noch mal zwischenzeitlich davon gemacht er war nicht von anfang an in der ausreißer gruppe sonst hätte ich das aufgrund der bergpunkte nicht so zugelassen der wird sich jetzt wahrscheinlich noch mal welche holen wobei ich auch mit jeweiliger jetzt noch mal hinterher gehen kann aber vielleicht schafft das auch gar nicht bis oben und auch wenn es da 10 gibt sollte das nicht reichen am ende wir überqueren jetzt mit chevalier hier den col de ese und gewinnen sehr komfortabel die werkwertung ziel also erfüllt 72 punkte und dahinter die nächsten beiden mit 33 jetzt haben wir hier noch so ein kleines plateau und dann abfahrt in richtung ziel gaudu echt nicht so fit vielleicht sprinten wir mit rochard können wir mit gaudu noch was verlieren gucken wir uns mal das gc an nach vorne nach hinten bonus sekunden machen überhaupt keinen unterschied mehr noch sechs kilometer chevalier kann jetzt nicht mehr wir haben hier so eine kleine gegenwelle gehabt mal schauen ob wir hier einen sprint anfahren können für rochard ist natürlich auch wahrlich kein sprinter aber ja was besseres haben wir halt ohnehin nicht mehr zu bieten und vielleicht kann unsere platzierung hier ganz vorne uns helfen ich bin jetzt schon mal los gleich wird es unten auch flach mal gucken ob wir jetzt noch vorbeikommen luzenk war natürlich auch eine gute ausgangsposition sprint links kommt hier mal hier mal ist zu schnell kein schlechter sprint von uns aber da sind unsere jungs nicht schnell genug gaudu gewinnt sogar den sprint der anderen dahinter also wenn es hier mal nicht gewesen wäre hätten was vielleicht geschafft aber glückwunsch an bini gaudu leider nur zweiter somit ist das hier das resultat ganz am ende von paris nizza wir gewinnen in eine etappe etappe 5 mit david gaudu in der gesamtwertung auf platz 5 mit den franzosen in der punkte wertung leider knapp zweiter mit gaudu bergwertung haben wir gewonnen nachwuchs wertung geht an pitcock team wertung an ineos das sponsoren ziel haben wir somit erfüllt erst seine bergwertung beim nächsten mal geht es dann mit terreno adriatico weiter wenn euch dieses video gefallen hat dann lasst doch gern like und ein abo da und schaltet gerne beim nächsten mal wieder ein wenn es heißt mr luke zockt pro cycling manager 2021 bis dahin macht's gut ciao und